Ah, endlich draußen. Lass uns spielen. Ja. Oh, jetzt sei endlich mal ruhig. Oh, so viele Tiere. Lass uns einen aussuchen. Ja, aber irgendwie finden wir keine. Hallo Kinder, ich bin die Helferin des Hains. Hallo. Tschüss. Hallo, ich bin Leila. Wollen wir vielleicht Freunde sein? Nein, ich bin Dieria übrigens und nein, kein Interesse. Genau. Halt, bleib stehen. Jetzt sind wir Freunde.